Vorstadtleben. So oft immer das Gleiche. Woche für Woche. Wer hatte nicht schon mal den Impuls, sein Leben für einen Moment anzuhalten? Einfach komplett zu verschwinden. Als erstes wird sie in meinem Büro anrufen. Nein, er ist noch nicht gekommen. Nein, er hat nichts gesagt. Das Auto ist noch da. Der Fall verdichtet sich. Wie weit will ich es kommen lassen? Tada! Ja! 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 Ich habe meine Familie nie verlassen. Ich habe mich verlassen. Befreit. Ich werde zu dem Howard Wakefield, der ich sein sollte. Ich werde mich verlassen. Ich werde mich verlassen.